Okay, erstmal die Nutte. Oh Gott, Alter. Oh, die heilt sich. Wir heilen hier. Weiß es nicht. Oh, eure Eureale heilt. Okay, dann lass ich... Erstmal eure Eureale. Ich bin leider versteinert. Scheiße. Betäubt, ja. Ja, die ziehen doch ganz schön viel. Ja, find ich gar nicht. Bei mir gar nicht. Ja, super. Ich muss wegrennen kurz. Nein. Digga, die heilt sich auch selber. Was? Ja, scheiße. Ja, komm, wir haben sie doch bald. Die eine hier. Wenn die tot ist, dann gehen wir auf... Medusa? Nee, dann gehen wir erst mal auf die andere. Sauber. Gleich bin ich Level Up. Warte, ich stell mich mal ein bisschen näher ran, dann hab ich auch deine Aura. Oh, ja. Ja, jetzt sitzt. Komm, 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 komm. Zeit, meine Heiltränke schneller, als sie mich töten können. Boots, Junge. Trink. Ja, 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 ja. Chill, 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 die Base. So. Jetzt haben wir aber so gut wie... Medusa, ich kann ja mal ein bisschen näher heranzoomen. Guck mal, die hat so eine richtige Haken-Nase, Alter. So richtig krank. Und natürlich... Oh ja, du hast recht. Ha. So. Sind wir beide gleich fertig aufgestiegen? Nein, ich bin nicht aufgestiegen. Mir fehlt noch mehr als ein Balken. Oh, ich bin aber aufgestiegen. Gorgon Stolpen. Gorgon Scherpe. Gorgon Krone. Gorgon Stolpen. Gorgon Stolpen. Ähm, Gorgon Stolpen, ey, die sind gar nicht so scheiße. Hinten sind noch ganz viele Kisten kleiner und sowas. Oh, königliche Truhe. Ja, ja, warte, die machen wir gleich auf. Ja, okay. Die sind erstmal noch diese ganzen kleinen Kisten. Ähm, ja, schön, dass du mir auch mal was übrig lässt. Aber egal, dann ist dein Verteil gleich voll. Kein Problem. Dann lebe ich jetzt diese Truhe auf. Du Noob. Ist da was Grünes drin? Ja, komm. Vielleicht, wir heben erstmal alles auf und dann gucken wir danach. Oh, warte, ich glaube, meine Vente ist voll. Ne, ist es nicht. Meins ist voll. Moment, aber da kann ich trotzdem mal ein bisschen umstellen hier. Hm, 15 bis 32 Schaden. Nein, ich finde einfach keinen besseren Bogen, ey. Um Gottes Willen. Okay, die Sachen sehen nicht schlecht aus hier gerade, die ich hier so gefunden habe. Moment. Ey, ich finde nur Scheiße, ey. Ohne Kack. So. Oh, warte, den Stab kann ich auch noch aufheberen. Ja, so. Okay, jetzt. Bevor, bevor du die Mission da annimmst. Ich guck jetzt mal kurz. Entschuldigung. Hier ist nichts mehr. Oh, hier ist Rüstung. Moment. Ja, ja, ja. Die werde ich nehmen. Mann, warum findest du immer gute Sachen, ey? Kannst du mir mal deine alte geben? Ja. Wenn ich sie aufheben könnte. Und einen besseren Helm habe ich auch gefunden. Willst du meinen alten Helm auch noch haben? Hier gebe ich dir einfach mal. Junge, jetzt siehst du aber krass aus. Junge, da bin ich viel zu schwach für, für die Rüstung. Haha. So, mal sehen. Was habe ich denn hier noch? Gorgon, Scherpe. Braucht man für jede Rüstung eigentlich, ähm, Stärke? Ja. Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe doch mal nicht, ne? Nee. Nee, hier zum Beispiel nicht. Ja, das ist Geschicklichkeit und Intelligenz nur. Aber für viele Sachen, ja, sehe ich gerade. Oh, was ist das? So. Das Schülers. Oh, nehm ich das? Nee, das kann ich eigentlich nicht nehmen. Bei dem anderen habe ich 8% Glitzwiderstand. Willst du die hier haben? Guck mal, ob du die tragen kannst. Alter, jetzt sehe ich ja so schwul aus, ohne Helm. Wenn nicht, kannst du dir mal die Gorgonen-Stulpen probieren. Die erfordern weniger Stärke und mehr Geschicklichkeit hier. Moment, die kann ich dir mal rauswerfen. Die geben auch plus 10 Stärke. Gorgonen-Stulpen habe ich eben gesehen, ja. Habe ich weggeworfen. Moment. Gorgonen-Krone? Brauchst du das zufällig? 28 Rüstung, 12% Blitzwiderstand. Die Beinschienen brauche ich nicht. Nein, 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 brauche ich alles nicht. Habe ich alles schon mal geahnt. Gorgonen-Krone. Gorgonen-Krone ist Helm. Aber, ne? Ich habe gerade eine neue Krone aufgesammelt. Achso. Okay, Moment. Ich sortiere noch kurz meine... Krone sieht so schwul aus. Ich sehe aus wie so ein schwuler Waldläufer. Ja. Ich bin ja auch ein Waldläufer. Ja, perfekt. Pass doch an zusammen. Ich verteile noch kurz meine Punkte. Soll ich... Warte mal, wie siehst du denn aus, Alter? Dreh dich mal. Zur Kamera rein. Wo ist denn die Kamera? Da, wo du in den Bildschirm guckst. Wow. Ich sehe. Sexy, ne? Geh mich an. Soll ich den Hund erhöhen oder soll ich die Leiste links erhöhen und Extras für den Hund? Ach, ne. Ich erhöhe erst mal den Hund. So. Da gibt es gar kein Pardon. Pardon? Pardon. Das muss ich wieder umsortieren hier. Guck mal. Wenn man Beutel benutzt hier. Hey, Hund Level 5 jetzt. Ist der Hund größer geworden? Ich habe keine Ahnung. Wäre cool, Mann. Ich nehme jetzt die Mission an, ne? Ja. Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Ich kann nicht glauben, dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Legst du dir nicht fertig durch? Okay, gut. Ne, da bin ich jetzt echt zu faul für. Mach mal die Kurzversion. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe Dinge zu erledigen. Okay, jetzt. Die kurze Saison von dem, was die Dame hier eben gesagt hat. Steht hier bei den Aufgaben. Ein dunkler Zauberer, bekannt als ein Telkin. Oder Telkine. Ich weiß bis heute nicht, wie es ausgesprochen wird. Führt ein Monster her nach Athen. Was auch immer sein Ziel sein mag. Athen wird alle Hilfe brauchen können. Wird alle Hilfe brauchen können, die es bekommen kann. Das hört sich komisch an. Das hört sich richtig seltsam an. Naja, egal. Es steht da so. Ihr habt es gesehen. Und die waren so richtig schön schlecht, ne? Ja, die sind richtig schön schlecht. Lukas rennt voll rein, ey. Rusht richtig geil da rauf. Oh, ja. Und bald steige ich dann auch mal auf hier. Schwerer Gefechtsbogen. Dein Gepäck ist voll. Dein Gepäck ist voll. Mein Gepäck ist auch voll. Verdammt. Alter. Du nimmst jetzt diesen schweren Gefechtsbogen des Könnens. Moment. Ich... Moment, Moment, Moment. Ich teleportiere mich ganz kurz noch mal zum Parnas. Oh Gott, ey. Immer das Telefon zu. Das geht ganz schnell. Ey, wir brauchen nur noch zwei Städte hiervon. Ja, wir haben heute aber nichts geschafft, ey. Naja. Naja, komm. Wir sind durchs ganze Kriegslager durch. Durchs ganze Kriegslager und dann haben die Gorgonen, ähm... Ja, die Gorgonen besiegt. So, das kann alles weg, 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 weg. Wir haben die große Medusa besiegt. Das ist schon mal ein Monster weniger in der Geschichte. Oh ja. Schätzender Ring der Geschicklichkeit. Nein. Alles weg hier. Oder warte mal, warte mal, hab ich da jetzt irgendwie... Schätzender... Anfänger des Könns. Ne, das ist schwul. Oh, was hab ich da noch? Ne, das ist ja auch scheiße. Die kann ich auch verkaufen. So. Oh, ich hab 423.000, Junge. Ich könnte eigentlich mal noch bester Rüstung... Ich hab mir noch nie Rüstung gekauft in dem Spiel. Noch nicht einmal, weil ich immer irgendwas Besseres finde. Oh. Okay. Na, gibt doch nichts Besseres. Okay. Ich geh wieder zurück in meine Höhle. Ja, ich auch. So. So... 40 Minuten steht hier auf meinem Timer. Ah, 20 Minuten können wir noch ruhig. Ja. Noch einmal genug Speicherplatz. Wenigstens noch durch diese Höhle durch und so. Endlich mal wieder ein Brunnen, ey. War ja auch nur kurz vor... Stimmen kann schon. Doch, vor... Kurz vor der Meduse. Vor der Meduse. Vor der Medusen. Vor der Medusen-Busen. Meduse reimt sich auf Busen. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Ja, so benehm ich mich auch im Real Life. Ja. Leider wahr. Ja, das stimmt. Hey, aufgestiegen. Ja, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Ach du Scheiß. Spaß die, Alter. Mein Hund ist stärker geworden. Auf jeden Fall man der... Three hitted die... That triple-Tie-Alter jetzt, wenn wir hier stehen. Bleibte in Potsdam. Heizer der Josef Stolz könnte was für dich sein. Ja, meine Faust könnte was für dich sein, wenn du nicht stehen bleibst. So. Oh, jetzt bleibs stehen, Alter! Junge Wo können wir denn lieber lang gehen? Da guck ich mir schon mal die Map an hier Was meinen die denn mit Ausgang? Meinen die den richtigen Ausgang oder sind wir aus diesem Ausgang? Hey, da hab ich nichts gemacht, die kamen wirklich auf uns zugeklettert Da hab ich in dem komischen Schwulen Hund Ne, der ist tot Oh Splitter 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 Das hat meine Waffe jetzt auch mit Schildschaden verursacht, das ist doch gut Moment, Moment Oder mach ich das? Ah, okay, das war okay Passt, ähm Kampfdurchblick könnte ich auch machen Schnelle Erholung Du brauchst immer so lange, ey Oh, warte mal, warte mal, warte mal Ah, nee, das ist... Ja, ich logg schon mal ein paar Gegner an Hm, wenn die nicht mit Pfeilen schießen würden Ich, ich hab's dir so gut wie geschafft, Moment Du kriegst ja auch Erfahrung, wenn ich die so kille Feinde zu leben Wenn er eine Keulenartige Waffe benutzt wird 10% Lebensschaden, okay Machen wir das doch mal Ich lass meinen Hund mal einkillen Nice Geist weiter hoch und jetzt Bah Der lohnt sich jetzt schon fast, Lukas Was? Ja, man Und mit deiner Aura ist er übel, Junge Ja, ja, Alois Meint verdient es dir. Ja. Oha. Geomantin. Hat trotzdem nichts drauf, ja. Man, diese Viecher sind mehrere Level unter uns, Alter. Und sind trotzdem so übel. Ja, stell dir mal vor, wir wären unter denen, Alter. Warte, hier geht's aus der Höhle raus. Dann lass nochmal in die andere Richtung kurz. Jo. Oh mein Gott, wir müssen jetzt aber langsam mal bei der nächsten Stadt sein, oder? Ja, kommen wir aber, glaube ich, auch bald. Kommt jetzt eigentlich schon Athen, oder ist Athen die letzte Stadt gewesen? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, was die letzten Städte überhaupt waren. Keine Ahnung. Ich weiß noch, das letzte Gebiet. Ja, hat mein Hund erstmal eiskalt Explosionsschaden, Digga. Was? Verarsch mich nicht. Nee, wegen deiner Aura. Alles voll mit guten Items, weißt du? Und ich sammle genau das schwule, weiße Schild auf ihr. Ey, ey, komm mit. Ich hab blutiger Knusper gelesen. Aber es war kurz schwer. Oh, der blutige Knusper. Hund, greif an. Oh, da ist, was, da ist Wächterkürers. Grün, oder was auch immer das für eine Farbe ist. Oh, da ist, ja, ein Bogen, ein blauer Bogen. Was? Der ist bestimmt scheiße. 18 bis 35 schon mal mehr Schaden plus 26 Schaden. Er ist besser. Er ist besser. Was? Nö, irgendwie mach ich dadurch weniger Schaden. Hä? Hat der geringere Angriffsgeschwindigkeit oder so? Nein. Warte mal, er hat 18... Mein alter Bogen hat 15 bis 32 Schaden. Von der Bogen hat 15 bis 32 Schaden. Von der Bogen hat 15 bis 32 Schaden. Von der Bogen hat 15 bis 32 Schaden.